So und damit herzlich willkommen wieder zu Let's Play The Binding of Isaac und ich dachte mir heute probiere ich es mal mit dem Judas mit dem Bock auf Bilial, 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 keine Ahnung was das macht, ich gucke jetzt einfach mal und ja mal schauen wie weit wir denn mit Judas kommen. So, können wir ja gleich mal gucken, oh der hat nur ein Leben, das ist natürlich klasse, ah ok dann habe ich kurz erhöhten Schaden, aber meine Range ist ziemlich down alles, ah ok, naja ist jetzt für einen Bosskampf sag ich jetzt mal würde ich das verwenden. Also erstmal du brauchst jetzt die erwischen, das ist natürlich sehr cool, so was der Dramatic hier macht, das ist doch easy, wie viel Schaden hat der jetzt eigentlich, ah schon an sich erhöhten, also eigentlich muss man mit dem nur noch wirklich Leben farmen, Seelenherzen etc, gut. So, einfach so bleiben und dann nach oben schießen, klar, oh dann läuft das doch alles. So, und dann kommen die jetzt alle hin, oh der hat hier aber mächtig, so. Und das, eine Bombe für einen Schlüssel, weiß ich noch nicht, ob ich das nehme. Ah, Spinnen, super. Ich hasse sie. Ja, ja. Na komm. Hier vielleicht. Ja ey, Kommunikationsspinnen, komm, danke. So. Weitergehen, oh. Nope. Alles klar. Und noch eine Bombe, um uns gleich den Schlüssel. Ähm, was macht das? Er friert alle Gegner ein, dann nehme ich das hier lieber. Da habe ich dann wirklich auch Schaden, was das Zeug hält die ganze Zeit. Hol ich mir noch den Schlüssel. So. Und auf. Der super Geheimraum müsste eigentlich hier hinten in der Ecke sein. Ich mache das jetzt einfach mal, weil ich die festen Überzeugungen, ja. Wo ist das Key? Komme ich denn mit denen alle Räume? Ich weiß es nicht. Egal. Gehen wir uns mal zum Bosskampf. Und wir haben, okay. Oh. Lustige Farben. So. Erstmal hier. Kriegst du erstmal Schaden hier. Was das Zeug hält. Oh, ich kriege echt übelst Schaden. Irgendwie so eine verwässerte Form kann das sein. Hitler kann das sein. Ach. Okay, das zerstört auf mich jetzt nicht das Display, wenn ich einmal Hitler sage. Komm direkt, die Hater, du Rassist. Ah, HP ab, okay. Das wäre es auf die Etage, ne? Gehen wir mal weiter. So. Oh. Was wollt ihr denn hier? Ihr Noobs. Oh, lol. So. Bombe. Um Gottes Willen. Na, guten Tag. Wisst ihr was? Okay, damit habe ich schon mal ein paar gekillt dann. So. Ah, haben wir die Bombe direkt wiederbekommen. So. Ganz einen Kotaufen brauche ich jetzt nicht kaputt machen, wirklich, ne? Ähm, da warte ich noch mit. Ah, lass mich in Ruhe. So. Bis jetzt haben wir noch keinen Schaden bekommen. Dann gehen wir jetzt erstmal rein. Ja. Oh, die ist ja rot. Weiß das was? Macht mir Schaden. Ah, nö. So. Dann holen wir das Leben direkt wieder. Also wir haben auf jeden Fall eine Fliege. Schon mal ein bisschen Leben bekommen. Schaden ist auch ganz okay jetzt. Weil das automatisch ja so ist. Glaub ich zumindest. Bin mir ja nicht sicher. So. Ah. Das konnte ich leider nicht verhindern. So. Ah. Ne, konnte ich auch nicht. Sorry. Ah, der hat eine zu hohe Range. So. Oh, easy. Okay, wir haben nur eine Leben noch. Da müssen wir drauf achten. Jetzt. Oh. Können wir durch? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, das kann ich jetzt ausprobieren. Ah, ne, können sie nicht. Okay. Sehr gut. So. Eine Pille. Ich mach's. Range up. Jawohl. Okay. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir mit einem Leben da durchkommen. Dürfte aber kein Problem sein. So. Hätte ich es halt eben doch hier noch aufbewahrt. Hm. Ah. So. Einfach hier über die Linie ziehen. Oh. Oder so geht's auch. Oh. 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 Komm mal irgendwo hoch. Wie der sich auch noch selbst vernichtet. So. Ah. Schaffen wir locker. Also wenn ich das jetzt noch verscheiße, dann fress ich einen Schuh. Mach ich wirklich. Wenn ich etwas verspreche, dann mach ich das auch. Oh. Wenn ich aber Glück hab. Shoot Speed Up. Miu 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 Miu. Wie so ein MG. So. Alles klar. Weiter geht's. Äh. Cool. Mach ich aber nicht. Und wir haben... Ah. Diesen Mr. Bomb. Machen wir das kurz so. So. Und machen wir uns das hier wieder. Genau. Ah. Oh. Okay. Wir bräuchten... Ah. Das mach ich mal aus. So. Ah. Wie fies. Alter. 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 Auf die gerade kommen. Komm. Äh. Ja. Ja. Ich tue hier mal eine Bombe hinwerfen. Auf gut Glück. Okay. Natürlich nicht. Hm. Das könnte knapp werden. Opfere ich eine Bombe? Ja. Mach ich. Das halbe Leben ist es mir wert. Okay. So. Weiter geht's. Ah. Super. Ja, ja. Spuck deine Scheißfliegen. Bringt dir jetzt auch nichts mehr. So. So. Die rote Fliege bringt's aber wohl sehr. Sieht auf jeden Fall so aus. Komm schon. Oh, lol. So. Hier rein. Ja. Ja, die. Reiten mir immer noch große Probleme. Alles, was so schnell ist und wo man gucken muss, das ist sehr schwer für mich. Oh. Alles, was so nicht nach einem Schema abläuft, wo wirklich randommäßig irgendwas abläuft. Ähm. Hier könnte er nicht sein. Dieser super Raum. Das ist nämlich ein ganz spezielles Schema. Ah. Aufpassen. So. Einfach so ein bisschen hier rumschleudern. Macht nix. Äh. Hol ich mir zum Schluss, wenn ich mit der Ebene Färbetisch bin. Oh. Muss ich aufpassen auf meine kleine Fliege da. Oh, komm. Explodiert nochmal. Jetzt nicht. Jetzt aber. Jetzt nicht. Alter, war das knapp. So. Wir haben einen Schlüssel. Hier könnte der Raum sein. Oder hier. Ja. Wie ich das erhofft habe, dass sowas kommt. Ähm. Dann gehen wir aber hier unten gucken, ne? Nehmen wir nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Holen uns. Oh, ich muss den Raum jetzt wieder aufmachen. Komm, einmal machen wir noch auf. So, wir gucken jetzt hier mal noch. Sorry. Nüb. Das haben wir uns, wie gesagt, am Ende. Dass wir auch das gar, das ganze Leben bekommen. Auch gar, das ganze Leben. Wir haben einen Schlüssel hierfür. Na, das ist mir nicht nice. Nice. So. Und auf. Hier geht's. Oh. Hier erstmal die Seite. Ei, 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 ei. Oh. Oh, einfach hier die ganze Zeit ein bisschen anhüten. Ein bisschen wechseln immer. Ah, komm, 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 komm. Ah. Na, noch ein halbes Leben, nur noch. Ah. Komm, 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 komm. Komm, 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 schaffen wir. Boah, war das knapp. Komm, komm, komm. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Komm, 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 komm. Jawohl. Ah, noch ein bisschen HP ab. Jawohl, so würde ich das sehen. So. Läuft auch ganz gut. Jetzt kriegen wir nämlich noch ein Leben dazu. Und dann haben wir schon vier Leben. Dann steigen wir uns mit dem Leben immer mehr. So. Weil, äh, das weiße Leben bedeutet, wenn ich das, ähm, Leben bekomme. Also, äh, wenn ich dieses Leben jetzt halten kann. Dann bekomme ich in der nächsten Ebene, äh, ein ganzes Leben dazu. So, seht ihr? Jetzt habe ich weiter, wieder eins bekommen. Ah. Achso, die machen das. Achso, die machen hier ein bisschen Freiraum. Aber die... hauen auch schon mit dem Schaden ordentlich rein. Um Gottes Willen. Wie die teilweise hier sprayen. Unerträglich. So. So. Danke. Äh, was? Was machen die jetzt? Äh, keine Ahnung. Durchschießen mehrere Gegner hindurch? Ich glaube schon, ne? Ja. Ja, oh, Alter. Wie das zieht. Das haut schon... Ja, das ist cool. Das ist ja richtig easy alles. So. Gerne nehme ich das an. Nur wie mache ich das am besten? So. Und dann noch... So. Ah. Zwei letztlich plus bekommen. So. Ah. Na, das ist schwer, muss ich sagen. Ja. Das ist... Sorry, musste ich aktivieren. Sonst komme ich hier nicht klar. So. Komm, 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 komm. Boah, Alter. Das geht gar nicht bei dir. Ich kann die überhaupt nicht ab. Das war auch knapp. Das war sehr knapp. Oh ja, danke. Leben. Ah. Boah. So. So. Dann können wir so bleiben, bis die ganzen Stimmen kommen. So. So. Das Team-Speak habt ihr gerade nicht gehört. Judgment. Was macht das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wie eine goldene Kiste und haben keinen Schlüssel. Was mich sehr, 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 sehr ärgert. Ah. Diesen Ablauf. Ablauf. Ich brauche einen genauen Ablauf. Den ich einfach wiederhole. So. Komm. So. Alles klar. Perfekt. Ach, wie süß. Ah, warte. Können wir eventuell gucken, ob das hier hinten irgendwie einen Raum gibt. Ich brauche nur einen letztlich. So. Du kommst jetzt mal mit. Schieß mal bitte hier hin. Hallo. Okay, da ist nichts. Danke. Du hast den Job erfüllt. So. Schwarze Kiste. Ah. So. Ah. Es geht da weiter. Ich kann die nur erstmal so machen. Die dürfen einfach nicht zu mir hinkommen. So. Boah. Die Knie machen ja schon an sich platt. Es kommt die anderen noch hinzu. Ah. Jawohl. Alter. Alter. Den einen will ich noch vorher ausgeschaltet haben. Alter. Kannst du auch übertreiben. Na komm. Oh. Der kommt. Oder? Nee, doch nicht. Okay. So. Kann ich mich um den kümmern? Dann. So. Und jetzt. Perfekt. Ähm. Keine Ahnung was das macht. Auf jeden Fall der rostige Schlüssel hat mir nicht viel gebracht bis jetzt. Okay. Ah. So. Na komm. Oh. Oh. Äh. Laufen wir jetzt nochmal zu? Oh. Oh. Ich laufe da einfach rein. What the fuck. Oh. Komm. Einfach alles da durch. Äh. Dann press. What the fuck. Okay. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Scheiße. Hm. Okay. Muss ich mir eh gleich wieder. Dann gehe ich jetzt mal die Kiste da hinten öffnen. Das ist wie so ein Indianer der im Kampf weiß ich was erlitten hat. Und ist jetzt irgendwie auf der Flucht. So. So. Öffnen. Oh. Geld. Jawohl. Ein Schlüssel. Cool. Ähm. Sollen wir in den Shop gehen? Ich meine wir haben übrigens viel Geld ne? Ja. Komm. Ähm. Oh. Äh. Ja. Wheel of Fortune. Ey. Cool. Ich tue schon mal ein bisschen Geld rein. Komm. Los. Ja. Mehr Geld zum reinschmeißen. Ja. Ey. Das war gar nicht schlecht. So. Dann können wir das noch machen. Danke. So. Weiter geht's. Auf unserer spektakulären Reise. Dieses kleine Schildchen was ich da habe. So. Das lustige ist. Ich wollte jetzt was trinken. Und ich habe meine Flasche gesucht. Nicht Bier. Malzbier. Meine Güte. Ich mag kein Bier irgendwie. Ähm. Und. Dann ist mir aufgefallen. Das steht genau hinter dem Mikrofon. Dass ich es genau nicht sehen kann. Voll witzig. Ich weiß. Oh. Meine Güte. So. Machen wir mal den. Oh. Okay. Das macht der. Da steht ja jetzt einer da drin. So. So. Boah. Na komm. Boah. So. Jetzt komm. Komm. Ah. Ihr macht den Talia mehr als der Boss an sich. Ja. What the fuck. Halbes Leben. Oh. Schade. Okay. Komm. Noch eine Runde. Mach einfach. Ja. Da fangen wir wieder an. Ganz hinten. Ja. Oder. Ich mach nochmal mit der Marlene da. Ähm. Yes.